7.258 Killing kriege ich Notstand. So, da zahl ich jetzt dann, ja? 2.145 Killing, Miete. 997 Killing zahle ich Harzung. 855 Killing zahle ich Strom. Was bleibt immer? Was bleibt immer? Weil ich hab 120.000 Killing im Monat, ich bin unser Herr Minister. Ja, dann ist mir das Wunder, bis Brot kostet. 15.20 Killing, der Killing ist. Ja, wenn er noch hat 7.200 Killing, ja, das schau ich mir an. Ja, das schau ich mir an. Weil ich hab 120.000 Killing im Monat, ich bin unser Herr Minister. Ja, dann ist mir das Wunder, bis Brot kostet. 15.20 Killing, der Killing ist. Ja, wenn er noch hat 7.200 Killing, ja, das schau ich mir an. Ja, weil da muss auch die Gräschung zählen. Wenn ein Herr Minister in Österreich mit den 7.278 Killing, was ich auskommen muss, auskommen, ein Jahr lang, ja, ist er bei mir sofort zwölf, ist er bei mir sofort zwölf, weil ich hab 120.000 Killing im Monat, ich bin unser Herr Minister. Ja, dann ist mir das Wunder, bis Brot kostet. 15.20 Killing, der Killing ist. Ja, wenn er noch hat 7.200 Killing, ja, das schau ich mir an. Ja, weil da muss auch die Gräschung zählen. Geht er sich aus, heute auf ein Liter Milch, oder geht er sich heute aus, denn ich kann nur fressen an mein Monat, der Schnitzel. Aber der frisst schon nicht an, der Herr Minister. Klarig aber wahr, und mein Arbeiter sei Geld, so schau's an. Bei mir krieg's auch keine Stimme, keiner. Weil heute streitens, und die Nacht die Wahlen sind schon nicht aner, wenn sie beim Heiligen sitzen, fressen und saufen, um unser Kollen. Und sind sie dicksten Haarer, die Arschlecker. Ich nur den, dass ich's noch red, aber es ist wahr. Weil ich hab 120 Taugen Schillinge in Monat, zu über unsere Herr Minister. Ja, dann ist mir das Wutel, bis Brot kostet 15,20 Killinge der Kilach. Aber wann er nur hau, 7.200 Killing, ja, das schau ich mir an. Ja, das schau ich mir an. Weil ich hab 120 Taugen Schillinge meinet, zu über unsere Herr Minister, ja, dann ist mir das Wutel, bis Brot kostet 15,20 Killinge der Kilach. Aber wann er nur hau, 7.200 Killing, ja, das schau ich mir an. Ja, weil da muss auch die Gräschung zählen. Weil zuerst reißen soll ich die Gossen auffahren? Ja, ja, wollen, ha, ha, weiwand, ne? Die laden die Schwarzen nicht, bis alle sind. So, dann haben sie es gewöhnt, dann kommt die Scheiße und dann kommt da zum Wander, der deporte Österreicher. Ja, schau, dem hat keiner geschafft, dass er es will. Na ehrlich, und jeder deporte, der es will. Weil ich hab 120.000 Schilling im Monat, ich bin unser Herr Minister. Ja, dann ist mir das Wunder bis Brot kostet 15, 20 Schillen. Ja, wenn er nur hat 7.200 Schilling. Ja, das schau ich mir an. Ja, das schau ich mir an. Ja, weil ich hab 120.000 Schilling im Monat, ich bin unser Herr Minister. Ja, dann ist mir das Wunder bis Brot kostet 15, 20 Schillen. Ja, wenn er nur hat 7.200 Schilling. Ja, das schau ich mir an. Ja, weil da muss er die Greschung töten.